Es ist die Verantwortung von allen, die in Freiheit leben, ihre Meinung zu äußern. Immer. Ihr wollt meine Geschichte auf einen Monat reduzieren? Ich will keinen Monat der schwarzen Geschichte. Schwarze Geschichte ist amerikanische Geschichte. Die Suche nach der Wahrheit ist nie zu Ende. Und das Überleben der Wahrheit ist nie gesichert. Wir müssen uns entscheiden, stehen wir auf der Seite derer, die die Wahrheit unterdrücken wollen, oder auf der Seite derer, die sie suchen. Fordere dich selbst hinaus. Das ist der einzige Weg, um zu wachsen. Wir Menschen sind mehr mit Haben als mit Sein beschäftigt. Vergebung befreit die Seele und beendet die Angst. Ob es einen Film gibt, für den ich einen Oscar hätte gewinnen sollen? Ja, alle. Wenn du ein Wunder sehen willst, sei ein Wunder. Ich hasse das Wort Homophobie. Es ist keine Phobie. Du hast keine Angst. Du bist einfach nur ein Arschloch. Wie retten wir die Welt? Mit vielen kleinen guten Taten.